Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe nichts. Das letzte Teil. Ah, okay. Ich habe alles leer. Okay. Ich habe alles leer. 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 Cool, ich kann noch etwas schneller rücken. So, und du? Ruck! Schön. Abnehmen. Hier. Wie wird wir in den? So, so. Kommandos! Sit! Platz! Kommando! Übung verändert! Holger! Das war die Holger mit dem Elf. Das war die Holger mit dem Elf. Hand gegenüber anderen Hunden. Da hat sie gar nichts interessiert. Außer der Hundeführer. Der hat 10 Punkte. Stehen und betaschen. Da brauchen wir letztlich einen Platz. 9 Punkte. 2 Minuten liegen. Dann machen wir mal eine kurze Bodeninspektion. Mal gucken, wer schon mal da war. 9,5. Die Leineführigkeit. Sie pendeln sich. Ich glaube, es geht fast ins Beträngerein. Aber sie können auch mal ein bisschen... Ja. Also für die Beginner ziehe ich das Ganze. Was ich gezogen habe. Das Basis. Eine Schiebe beim Links her. 9 Punkte. Sitzhaus. Die Bewegung war ohne Beanstand. 10. Kommando. Sitzhaus. Voraussendlich ein Quadrat. Das konnte ich unterhalten. Das zweimal stehen war nicht ganz hoch. Ich habe Platz. Ich mache eine neue Grundstellung. Von daher leider 9 Punkte. Abrufen. Auch das war ohne Beanstand. 10. Aber auf Ebene Erde. Ähm. Ich halte es schwierig. Das erste war ein bisschen langsamer. Aber für 5 Meter da Tempo aufzubauen. Und das Ding... Also... Für mich waren es 10 Punkte. Ähm. Kontrolle auf Distanz. Auch hier. Sie geht schön hoch. Geht mit die Position schnell an. 10 Punkte. Gesamteindruck. Wie schon gesagt. Ihr seid ein tolles Team. Würden wir jetzt mal 50 Punkte abziehen. Nein. 10. Wir sehen uns heute beim VB 42. với 5 ups! 5 ! Ich halte es 3 zu 100 victory. Ich halte es 2 Sunni. 5 und 4 mit 5 locales Paris.